So wieder hallo, es kommt zurück zu einer wunderbaren weiteren Video zu Need for Speed anbauen mit einem weiteren wunderschönen Drop diese Woche. Und ja, dieser war wieder kein Drop mit Gameplay, so wie wir es letztes Mal jetzt hatten. Das war ja ganz angenehm. Ich muss sagen, ich habe auch gedacht, dass über die Drops mehr Gameplay und mehr Inhalt zum Grundspiel kommt und nicht so viel drumherum. Aber das ist anscheinend nicht der Fall. Also wir haben heute, natürlich eine Sache, die im Game drin ist, es geht nämlich heute um den Soundtrack. Also wir hatten natürlich dann schon Sachen mit Mode-Sachen hier, Mode-Sachen hier da. Ah, das ist alles schön und gut, aber das war jetzt auch irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei. Und wie gesagt, heute geht es um den Soundtrack, was ja an sich erstmal ein wichtiger Teil ist. Wie gesagt, ich natürlich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr Gameplay sehen oder, 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 weil es ist nicht mehr lang bis zum Release des Spiels hin. Und so einen Soundtrack hätte ich auch kein Problem gehabt, hätte ich den abgeleased, er ist im Spiel für mich entdeckt. Nichtsdestotrotz, warten wir mal ab. Wie gesagt, wir haben noch ein paar Drops und ich hoffe, da wird noch ein bisschen was kommen. Die Woche ist ja noch ein anderer The Hood-Artikel geplant von Braddock. Der hat ja gesagt, da kommt noch ein bisschen Schüsselmannes und ich glaube, das sollte auch ein bisschen über Multiplayer kommen. Also dementsprechend, ich glaube, diese Woche könnte der andere The Hood-Artikel interessanter sein als der einzige eigentliche Drop. Aber, das werden wir heute gemeinsam einmal herausfinden in diesem schönen Video. Ja, wie gesagt, es geht heute um den schönen Soundtrack. Und bevor wir ein bisschen drauf eingehen, ich habe mir nämlich gerade schon bei Spotify reingehört, Link dazu packe ich euch mal auch in die Videobeschreibung. Lesen wir doch nochmal ganz kurz den Artikel gemeinsam durch. Da würde ich sagen, gehen wir mal kurz rüber. Weil, ja, es gibt einen schönen Artikel mit sehr, sehr viel Blabla und da gehen wir doch mal ein bisschen drauf ein. Wie gesagt, ich habe mir den Soundtrack schon mal angehört, dazu gleich mal mehr. Ich erzähle da ein bisschen so mein, ob mir der gefällt oder nicht. Da können wir mal gleich drauf ein bisschen einquatschen. So, der erste Schritt zur Selbstentfaltung besteht darin, sich selbst zu entdecken. Wer du wirklich bist und welche endlösen Möglichkeiten in dir schlummern. Findest nur heraus, indem du die Welt nicht darüber erkundest. Musik macht uns für jene Welt ihre Bewohner, Gemeinschaft und Kulturen empfänglich. Musik ist einer der ultimativen Mittel, um sich selbst zu entdecken. Und stellt sich seit jeher ein wichtiges Element in den Spielen, der Need for Speed Reiter. Muss man wirklich sagen, die Need for Speed Soundtracks sind, glaube ich, mit die bekanntesten und beliebtesten Soundtracks der Spielgeschichte. Es gibt klar natürlich einige Videospiele, die haben natürlich auch sehr gute Soundtracks. Aber ich muss sagen, die Need for Speed Serie hat schon sehr, sehr viele geile Soundtracks ausgemacht. Und ich muss auch sagen, ich bin eigentlich nie bei den Need for Speed vom Soundtrack super enttäuscht gewesen. Weil der Soundtrack, der im Spiel enthalten war, meistens sehr, sehr gut zum Spiel gepasst hat. Also zum Theme des Spiels, zum ganzen Vibe des Spiels, weil der Soundtrack eigentlich, muss man sagen, durchweg sehr, sehr gut abgestimmt. Also da kann man sich nicht beschweren, also dementsprechend das passt. Neben unserem anpassbaren Wagen bringt uns auch der Soundtrack ins Spiel der Realität näher und dich dahin träumen. Der Soundtrack von Need for Speed anbauen nimmt dich mit auf eine Reise durch die Hip-Hop-Hip-Hop-Kultur aus aller Welt und hat dabei mehr als 70 Tracks im Tangen. Ja, ist mir sehr stark aufgefallen, es ist Hip-Hop-plastig, wirklich sehr Hip-Hop-plastig. Also wer jetzt mal so ein bisschen Mus-Wanded-Rock-Musik und sowas im Hintergrund hier und da ein bisschen erwartet, der wird da leider enttäuscht. Es ist sehr, sehr Hip-Hop-lastig, was ich persönlich nicht schlecht finde, muss ich aber sagen. Diese bieten verschiedene musikale Spesitiven und Interpretationen. Finde ich selbst, um dich zu entfalten, darum geht es. Der Soundtrack mit Songs aus aller Welt soll die für die Need for Speed-Reihe typische unverkennbare Atmosphäre schaffen und gleichzeitig Abwechslung hinsichtlich Genres, Intensität und Emotionen bieten. Ein besonderes Fokus liegt hierbei darauf, den Millionen von Need for Speed-Spielen auf der ganzen Welt Musik von unfassbar talentierteren Künstlerinnen näherzubringen, die nicht aus dem englischsprachigen Raum stammen, weiblich und oder B.U.P.C., ich weiß nicht, wie das ausspricht, sind und die sie ansonsten womöglich nicht für sich entdecken würden. Ja, das ist nämlich schon mal ein ganz wichtiger krasser Punkt, der mir aufgefallen ist. Der Soundtrack ist sehr international geprägt. Also hier sind wirklich, also es sind wirklich alle Sprachen dabei. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist diesmal nicht nur 100% Englisch und wirklich, wirklich, wirklich vielfältig. Aber bevor ich jetzt hier weiterlese, kann ich hier direkt schon mal ein bisschen reingeschen, wie ich so finde. Bisher bin ich nämlich sogar, muss ich sagen, recht begeistert. Ich habe schon mal so ein bisschen durchgeskippt, ein bisschen reingehört bei Spotify, wie der Soundtrack mir so an sich gefällt. Und so vom Durchweg-Vibe, muss ich sagen, gefällt der Soundtrack mir gut. Vor allem, wie Need for Speed Unbound so sein möchte von seiner Art und allem drum und dran, muss ich sagen, wirken alle Lieder sehr passend zur Atmosphäre und zum Thema des Spiels. Also so durchweg gehört, muss ich sagen, bin ich sehr begeistert vom Soundtrack. Ich finde ihn persönlich schon von Hören sehr gut. Wie gesagt, Link dazu packe ich euch mal in die Videobeschreibung, wenn ihr auch mal reinhören wollt. Ich war halt erst mal, als er sich durchgeskippt, ein bisschen irritiert, aufgrund dessen, dass halt so viele Sprachen drin waren und ich den Artikel noch nicht hatte. Und das ist ja anscheinend geplant gewesen. Wie gesagt, sehr Hip-Hop-lastig. Wenn man hier und da so ein paar Rock-Lieder wie damals bei Most One drin hätte, wäre natürlich auch geil gewesen. Aber ich glaube, zum ganzen Thema und Vibe des Spiels passt diese Musikrichtung am besten. Und wo wir international sind, wir haben auch diesmal wieder wunderbar deutsche Lieder. Aber diesmal sogar zwei Stück, so wie ich es im Kopfblick habe. Wir müssten wir sogar diesmal zwei Lieder dabei haben. Wir haben einer, der ist, ja, ich hätte gedacht, das ist jemals aus dem Lied, was wir heute gesagt haben. Wir haben Shirin David da drauf mit Beer-Ho-O-Break-Ho. Ich muss sagen, ich finde das Lied gar nicht mehr so scheiße. Ich bin da wirklich ehrlich. Und noch Bones MC und Akka aus der Kontrolle mit in meinen Bands. Und das muss ich sagen, das werden alle natürlich im Englischsprachigen dann nicht verstehen, was die Jungs und Mädels da singen. Aber in meinen Bands finde ich natürlich mit dem 190er Ehe von Asap Rocky im Hintergrund gesehen ein sehr geile Lied, muss ich sagen, fühle ich ein bisschen. Aber das so aus deutscher Richtung. Aber wie gesagt, selten das Jahr, aber ich bin an sich so vom Grundweib und der Grundstimmung, die der Soundtrack so, sagen wir mal, rüberbringt, doch sehr zufrieden. Gut, lesen wir mal weiter. Chase Strait, Senior Brand Manager von Need for Speed, war bei der zusammenstehenden Sounddacks zu NFS Bau und Federfühlen. Merkt an, Spielerin werden, wird besonders der internationale Hip-Hop-Sound auffallen. Nahezu die Hälfte aller Songs auf dem Soundtrack werden in einer nicht englischen Sprache gesungen. Dadurch liegt er Fokus auf Kunst und Künstlerinnen, die in ihrer jeweiligen Heimat für Frauen sorgen. Wir hoffen, ihnen so eine globale Bühne zu sehen zu können. Wie gesagt, den Grundeinstellungen finde ich cool. So, der neue Song, Sitting in the City von Ace of Rocky, der ist, glaube ich, im ersten Reveal-Trailer hörbar gewesen und der Song ist noch nicht veröffentlicht worden von Ace of Rocky. Also ist offiziell noch nie veröffentlicht worden. Und seine kreative Agentur RWGE wird ein... Ich will schon wieder vollkommen falsch ausgesprochen werden, ich will komplett wieder geroastet. ...wird ein interessierter Track im Spiel sein. Der fantastische neue Track von Künstler, Unternehmer, Schauspieler und Mode-Hitikone. Mein Gott, tausend Sasser. Ace of Rocky feiert im Ankündigstrahl zu Need for Speed am Baum von mir. Okay, ich hätte einfach einen Satz weiterlesen müssen und dann... Ja, gut. Ebenfalls mit ihren Tracks auf dem Soundtag vertreten sind die RWGE, ich... Das ist vollkommen falsch ausgesprochen. Künstler Calvin Crash, Slowtay, Smoky... Mein Gott, das sind Dinger, ich kann die Namen nicht ausprobieren. Ihr seht die Künstler hier, das kann ich nicht aussprechen. Wenn die Spielerinnen nicht gerade auf die aufsträmen, die Künstlerinnen in Need for Speed am Baum abfahren, können sie die originalen, genreübergreifenden Tracks von Brodinski eintauchen. Den französischen Elektronik- und Hip-Hop-Produzenten, ungründetes französischen Elektrolabels, Brewomans Records. Budinskis feines Gehör für neue und inspirierende Klänge aus aller Welt haben zur Entwicklung einer originellen Spielmusik beigetragen, die für Selbstentfallung steht und dabei Stücke bereithält, die die verschiedenen Stimmungen und Erlebnisse in Need for Speed anbauend noch intensiver spüren lassen. Wobei ich da die Frage mir stelle, wie sieht es aus mit Verfolgung? Haben wir Verfolgungsmusik oder ist da auch ein Soundtrack, der ganz normal hinterläuft? Die Pursuit, die Verfolgungsmusik in Kopfverfolgungsjagden ist ein wichtiger Teil von Need for Speed, jetzt sind wir mal ehrlich. Budinski hat im Laufe der Jahre einen engen Draht zu Underground, äh, sorry, ich bin voll drin im Thema, Untergrund-Rap-Community in Atlanta aufgebaut und seine Karriere der Förderung junger, talentierter Rapperin der Region verschrieben. Hört ihr seine Kollaboration mit Toji, äh, Digga, es sind alles einfach Namen auf dem Soundtrack an. Ich, man muss merken, ich bin ein absolut ungebildes Stück Scheiße, was Musik angeht. Ey, mir sagen keine Namen was. Ich bin auch einer der Typen, die bei Musik immer so so, ey, hier kennst du das Lied, das fängt, machst, und dann summe ich die Melodie vor. Ich kann mir Künstlernamen nicht merken, die können sonst wie heißen, ich werd's vergessen. Legt, 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 freut euch drauf. Der Soundtrack von Need for Speed am Bound verfügt zudem über die nötige musikalische Leistung unter der Haube, um dich in nervenaurenden Rennen auf Touren zu bringen. Nathaniel Do, äh, Dong. Och ey, heute werden nur Namen auseinandergenommen. Audio-Director bei Criterion Games sorgt für ein stimmiges Audioerlebnis in Need for Speed am Bound. Die Verwendung von Musik und der Street-Base-Szene ist im Spiel besonders stark ausgeprägt. An Treffpunkten hören Spielerinnen das Dröhnen des Basses, während Rennen die Musik in den Vordergrund rückt, und genau im richtigen Moment die nötigen Energie und den Nervenkitz des Augenblicks liefert. Das stimmt mich, finde ich, schon mal geil. Ich, äh, bei Treffpunkten macht das natürlich Sinn, wenn du so in der Tiefgarage bist, dass so ein bisschen die Musik so von den Wänden abprallt, so ein bisschen dröhnend drüberkommt. Finde ich schon mal gut, dass man daran gedacht hat. Jeder Track, der während eines Rennens läuft, wurde darauf abgestimmt, den Beginn und das Finale des Rennens so vor wie so ist, wie möglich zu untermalen. Da bin ich aber gespannt, wie sie das hinkriegen wollen, wenn ich mitten im Track einfach schon entscheide, mir das Finale des Rennens jetzt reinzuziehen. Sobald der Countdown 0 erreicht, setzt die Musik stets im perfekten Moment eigentlich bei Renn... Uh, also sind die Lieder in Renn auf die Rennlänge geteilt. Da müssen wir beim finalen Gameplay, wenn wir zocken, mal drauf achten. Das klingt an sich schon sehr geil, weil das natürlich die Actionmäßigkeit, das ist kein deutsches Wort, der Renn natürlich geil oder mal. Also das finde ich eine sehr, sehr coole Idee. Genau, die Liste ist nämlich schon online und hier haben wir die Liste nebenbei. Hier seht ihr komplett alles, welche Lieder dabei sind. Wie gesagt, es sind einige und wie gesagt, man kann sich das Ganze schon auf Spotify anhören. Und wir haben hier nochmal eine extra Seite, wo nochmal ein bisschen ein paar auf der internationalen Künstler gegangen wären, aus welchen Ländern wir haben. Also wie gesagt, hier aus allen Ländern haben sie ein paar schöne Künstler gelistet. Da gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, dass das mir jetzt mal vollkommen bumms. Aber ja, wie gesagt, aus Deutschland wird hier halt Sheeran David geführt. Und wie gesagt, wir haben noch ein zweites Lied im Soundtrack. So viel auf jeden Fall dazu. Soundtrack haben wir gehört. Wie gesagt, ich habe jetzt im Mittag noch natürlich keins von da laufen lassen. Ihr glaubt, ihr kennt das Ding. Also beim Spiel kriegen wir das hin mit Abmischung. Hier kriege ich sonst konsequent Copyright in die Fresse geprügelt. Da freue ich mich drauf. Deswegen machen wir das vielleicht nicht. Aber wie gesagt, ich bin an sich erstmal von dem Soundtrack super angetan. Dass es sehr vielsprachig ist, finde ich einerseits gut, weil international. Andererseits muss ich da noch ein bisschen drauf reinkommen, weil man ist meist so englischsprachig in Rennspielen oder in Spielen allgemein gewohnt. Und diesmal ist wirklich alle Sprachen der Welt mit enthalten. Das ist wirklich der Wahnsinn. Aber wie gesagt, an sich bin ich grundsätzlich von der Auswahl super zufrieden, weil sie zu dem, was Need for Speed am Bounce sein will, passt. Also ich finde, dass hier auch wieder drauf, gerade von der Soundtrack zum Vibe, zum ganzen Thema des Spiels auf jeden Fall hinhaut. Wie gesagt, da hat Need for Speed mich nicht enttäuscht und ich bin noch diesmal nicht enttäuscht. Es gibt ein, zwei Lieder, die ich natürlich auch nicht super geil finde. Also bei 65 Liedern bin ich jetzt nicht bei jedem Lied, denke mir so, oh geil, was ein geiler Scheiß. Nein, es gibt natürlich auch Lieder, wo ich sage, weiß ich jetzt nicht. Ich hätte mir ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht. Das wäre cool, weil wir jetzt sehr auf ein Genre getrimmt sind. Das muss man jetzt finden, wie man will. Aber wie gesagt, schaltet da gerne mal selbst rein. Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Auch natürlich die Links zum Drop. Ich, wie gesagt, gebe diese Woche noch ein bisschen mehr Freude auf eben den anderen Hut-Artikel, weil der, soweit ich auf jeden Fall zu 100% weiß, dreht sich nicht um den Soundtrack. Also wir haben nicht nochmal einen Artikel, der sich im Soundtrack dreht, sondern es geht diesmal, glaube ich, soweit ich weiß, um Multiplayer und so weiter. Also dementsprechend, der andere Hut-Artikel ist diese Woche unser geiler Scheiß. Freuen wir uns drauf. Mal gucken, wann der kommt. Also wir haben ja jetzt Montag und der Drop kam am Montag statt am Dienstag. Vielleicht kommt es auch wieder am Donnerstag, der andere Hut, oder Freitag. Ich weiß es nicht. Aber wir sehen es dann einfach. Ich würde mit raus wünschen euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, bis dann auf uns. Tschö, tschö. Tschö, tschö.